Norddeutscher Rundfunk 2021 Andreas, geh doch mal hin zu denen und biete denen was von der Wahl an. Den? Den Fernseher? Den Fernseher, den Fernseher, den Fernseher. Das war's für heute. Oh Wenn man die Zukunft wählt, weiß man, dass man hier ein wirtschaftliches, ein wirtschaftliches Meer hat, das ist ein wirtschaftliches, das ist ein wirtschaftliches, das ist ein wirtschaftliches , das ist ein wirtschaftliches Unternehmen.